Das war's für heute. Die Luft machen. Ich will Fägelein sehen. Zofart. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Oportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Ihr bitte? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.